Die Zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzverslung Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiel nicht, was dem anderen seien. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Die neunte Lesung aus Martin Luthers Buch, Wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, steht an der Tagesordnung. Und wir gehen zurück auf Seite 53, also zurück. Wir gehen weiter auf Seite 53, aber da nochmal einen halben Absatz zurück, über die Erwähnung des französischen König Philippus. Das ich ja, wie gesagt, letztes Mal sehr wichtig fand, dass wir uns das nochmal eben anschauen, weil ich das ja in Herrscher des Bösen bereits gelesen hatte. Was habe ich denn in Herrscher des Bösen gelesen? Ich habe mir hier das nochmal rausgesucht und werde das nochmal eben vorlesen. Das ist also vorgekommen damals im sechsten Kapitel. Das heißt immer noch der Inbegriff christlicher Werte. Und da lesen wir hier über die Tempelritter und wie wichtig wohl die Tempelritter waren. Und dass wir eben lernten, hier Könige tanzten nach ihrer Pfeife. So mächtig waren die Tempelritter. Als Henry III. von England damit drohte, bestimmtes Besitztümer des Ordens zu konfiszieren, wurde er zurechtgewiesen von dem Meister-Templer aus der City von London. Das auf Deutsch heißt, was sagst du König? Solange wie du Gerechtigkeit weiten lässt, wirst du herrschen. Wenn du aber dagegen verstößt, dann wirst du die längste Zeit König gewesen sein. Nun die Interpretation, was hier mit Gerechtigkeit gemeint ist, hat nichts mit dem allgemein verständlichen Begriff Gerechtigkeit zu tun, wie wir ihn verstehen. Wie das kann, nun das werden wir später in dieser Buchlesung Herrscher des Bösen noch sehen, wenn wir über die geistigen Vorbehalte sprechen. Aber dann, und das ist der nächste Teil, den Tapas Horsi schreibt, und das möchte ich euch eben gerne vorlesen, weil da gehen wir nämlich in das Buch von Martin Luther dann gleich wieder rein. In 1302 wagte es König Philipp IV. von Frankreich, ihre, also der Tempelritter, Souveränität auf seinem eigenen Boden in Frage zu stellen. Er erklärte, dass in Frankreich jeder, auch Tempelritter, ein Untertan des Königs war. Antichrist Bonifatius VIII. schritt ein und erklärte seinerseits, dass Frankreich, der König, die Templer, sie alle und auch jeder andere dem Pontifex Maximus gehörten. Zitat, es ist absolut notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur oder eines jeden menschlichen Wesens, ein Untertan des römischen Pontifex zu sein. Ende. Zitat. Dies kann man nachlesen in der päpstlichen Bulle Unam Zanktam. Frei im Internet und auf katholischen Seiten und Büchern und alles verfügbar. Also es ist nicht ich, Jörg, der das sagt. Es ist die römisch-katholische Kirche selbst und eine Bulle. Eine Bulle ist, nochmal wiederholt, das kräftigste schriftliche Mittel, das ein Papst hat. Und das wird direkt kanonisches Recht, nach dem es geschrieben ist und ist nicht zurücknehmbar. Ja, deswegen ja die große Frage, war es eine Bulle oder war es ein Brief mit dem Papst Clement XIV., die Jesuiten damals verboten hatte. Aber es war wohl eine Bulle. Und damit verstoßen sie gegen ihr eigenes Gesetz. Aber das spielt ja keine Rolle. Am Ende ist es ja der Zweck, heiligt die Mittel. Also, was ich gerade vorgelesen habe, war halt die Geschichte von Bubs Bonifatius VIII., der gegen König Philippus sagte, Nicht du bist der Herrscher über die Menschen. Es ist absolut notwendig, für die Erlesung eines jeden menschlichen Wedens untertan des römischen Pontiffs zu sein. Ich bin also der Boss und nicht du. So, und Martin Luther sagt das hier in Mitte 53, Mitte auf Seite 53 in seinem Buch. Aber König Philippus in Frankreich erzeiget ein Feinexempel an dem Papst Bonifatio VIII., dem großen Häuptschalk unter den Bäbsten. Der selbwütrig setzend den König Philippus ab, verbot Frankreich die Huldung und Gehorsam dem Könige zu leisten, und gab für, das Königreich wäre dem Stuhl zu Rom heimgefallen, weil er nicht täte, was der Papst wollte. Nun, was der Papst hier also macht mit dem König Philippus, wo hier steht, er setzte König Philippus ab, das heißt, mit anderen Worten, er hat das Interdikt ausgesprochen, er hat ihn exkommuniziert. Aber König Philippus trachtet ihm nach einem Kolumneser, der erwischt ihn zu Anagnia, eben in der Kammer, darin er geboren war, führt ihn gen Rom, warf ihn, den Papst, in den Kerker, da starb er wie ein Hund. Für großen Leid und Ungeduld. Aber solche Straffe ist noch viel zu geringe, und dass es gut wäre, dass man also den anderen Bäbsten und Kardinälen auch täte. Denn es ist ein lästerlicher, verdammter Stand, dass, wenn gleich einer fromm sein wollt, doch Gottes lästerer und ein Feind Christi sein muss, seins Stands halb. Sie haben aber große, viel unflätiger Heuchler, die sie zu solchem Toben reizen und schreiben, dass der Papst mit allem Recht König über alle Könige, Herr über alle Herren sei. Unter denselben ist einer, der schreibt, dass der Kaiser Nero hätte sollen, das Römisch Reich St. Petro aufgeben, und Konstantinus Magnus sei schuldig gewesen, auch wieder des Rats zu Rom Bewilligung, das Reich Silvestro dem Bischof zu Rom zu übergeben. Daher ist ertichtet, die großen Lügen, gut zu hören, De Donazione Constantini, Ludovici Primi und Ottenes Primi, Ego Ludivicus und Tibi Domino Johanni. All diese gerade eben aufgezählten Schriften. Das wird erklärt in der englischen Version des Buches auf Seite 333. In der Fußnote 246, und da steht, dass wie die Schenkung von Konstantin, damit fingen wir hier an gerade zu lesen, Donazione Constantini, wie die Schenkung von Konstantin sind auch diese anderen Dokumente, berühmte Fälschungen, die sich beschäftigen mit dem päpstlichen Eigentum, dem päpstlichen Grundbesitz. Dass also der Papst meint, aufgrund dieser gefälschten Schenkung von Konstantin, dass er tatsächlich temporale Macht hätte, also weltliche Macht hätte. Macht über die Erde, über wirklich das Stückchen, Fleckchen Erde, weil ihm das Konstantin geschenkt hat. Aus biblischer Sicht fällt mir da ein ganz leichter Kommentar zu ein. Konstantin kann nichts schenken, was ihm selbst nicht gehört, weil der Herr sagt, die Erde ist meins und alles, was darin ist. Und wenn Konstantin dem Papst selbst das geschenkt hätte, was er nicht hat und was er auch nicht konnte, aber wenn er es getan hätte, dann wäre Konstantin halt der Dieb. Und so ist halt der Papst, der behauptet, dass er es von ihm bekommen hat, der Dieb. Er stiehlt es von unserem Herrn, weil die Erde, diese Welt, gehört ihm und alles, was darin ist. Solche Lügen, sagt Martin Luther, und Kutzeln, haben die Bäbste gern. Wächst ihnen der Bauch davon und macht also ein Narr den anderen unsinnig. Nicht, dass sie es für wahr halten, sie wissen es sehr wohl anders, sondern gern wollten, dass unter die Leute käme und alle Welt für Wahrheit hielte, damit die Kaiser und Könige böse Gewissen kriegten, dass sie ihre Königreiche wieder Gott und Recht besessen, als dem Papst mit Frewe genommen und geraubt, dem sie dieselben einzuräumen und abzutreten schuldig wären, ob es einmal geraten wollt, dass die Könige sich für den gemalten Teufel oder ihrem eigenen Starr oder für das Papst Forz fürchten wollten und dem Papst bitten, dass er wollt ihr Reich annehmen. Denn dass er die Schlüssel in seinem Wapen führet mit den drei Kronen, tut er nicht darum, dass ihm viel an Binden und Lösen der Sünden gelegen sei, sondern er malet damit das Drecket Omnes, also dieses Drecket alle den Königen vor die Augen, predigt und drobet ihnen, dass sie bedenken sollen, wie mit großem Frevel sie dem Papst ihre Königreiche vorhalten. Denn alle irdische Kronen sind sein, sagt der Papst, welche ihm Christus durch die Schlüssel gegeben hat, wie Nikolaus Papst Omnes hier raset und facet. Nikolaus Papst Omnes. Omnes steht für alles, habe ich gelernt. Wie das hier reinpasst, verstehe ich auch nicht immer ganz. Hier und da kann man sich halt mal über ein Wort ein bisschen uneinig sein. Nun, daher die päpstliche Krone zu Rom nicht heißt ein Bischofshut, sondern Regnumundi oder das Reich der Welt. Davon Sankt Gregorius, also damals der Bischof von Rom, und fromme Bischof der römischen Kirche nichts gewusst, ehe der Papst kam. Denn die Welt ist in drei Teile geteilt. So erklärt Martin Luther jetzt hier die Tiara, die Königskrone, die wir wahrscheinlich auch im Bild hier irgendwo auf der Flagge des Vatikan sehen. Aber da ist Luther im Irrtum, weil die dreiteilige Krone, die Tiara, heißt Herrschaft über Himmel oben, Erde Mitte und Hölle unten. Und nicht, wie Martin Luther es hier nennt, denn die Welt ist in drei geteilt, die nennt man Europa, Afrika, Asia. Ist ja auch nicht ganz richtig, da hat er ja Amerika vergessen, was kurz zuvor entdeckt wurde. Das sind die drei Kronen des Babsts, sagt Luther hier. Aber jeder kann sich mal in solchen Kleinigkeiten irren. Ob er das jetzt über die Kontinente meint, oder ob er das eben meint mit der Herrschaft über Himmel, Erde und Hölle, ich glaube nicht, dass das so furchtbar wichtig ist. Alles beides sind Herrschaften, die der Papst sich nur aneignet und die er nicht wirklich ausübt, sondern die er nur meint auszuüben und die er von unserem Herrn stiehlt. Oder meint zu stehlen. Und sagt, dass er sie hat. Dabei ist es nicht so. Der Herr weiß es. Der weiß, dass man ihm nichts wegnehmen kann, was ihm gehört. Also doch nicht die Welt, die er geschaffen hat zumindest. Die Anbetung, das ist eine andere Sache. Deswegen ist unser Gott ja auch ein, wie sagt man das im Deutschen, Jealous, ein eifersüchtiger Gott. Gut, denn alle Reiche, fährt Martin Luther fort, in diesen dreien Ländern sind des Babst. Das stimmt, ne? Alle Reiche in diesen drei Ländern, Asien, Afrika und Europa, sind des Babst. Wie das Kap, alles und seine Heuchler. Ich hätte es schier gesagt, wie des Teufels fört zu rühmen, dass er der ganzen Welt Herr sei. Diese Krone hielt der Teufel unserem Herrn Christo für. In Matthäus 4, Vers 8 fortfolgende, wie wir da lesen können, auf den hohen Berg führet, zeiget ihm alle Reich der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach, Das alles will ich dir geben, so du niederfällest und mich anbetest. Aber der Herr sprach zu ihm, Hebe dich weg von mir, Satan. Wie spricht aber der Papst? Komm her, Satan, und hättest du noch mehr Welt, denn diese, ich wollte sie alle annehmen und dich nicht allein anbeten, sondern auch im Hindern lecken. Das sind die Worte seiner Dekreten und Dekretalen, darin nichts vom Glauben Christi, sondern alles und alles von seiner Hoheit, Majestät, Gewalt und Herrschaft über Kirchen, über Konzilia, über Kaiser, über Könige und über die ganze Welt, auch über den Himmel gelehrt wird. Ist aber alles mit Teufelsdreck versiegelt und mit Papstes Vierzen geschrieben. Wohl an, das sei jetzt in der Kürz von dem ersten Schaden gerät, den der Papst mit seinen Binden gestiftet hat. Denn wer kann's alles erzählen, was der Teufel durch den Papst mit Königen und Kaisern zu morden und zu verraten geübt hat? Sie sind weltliche Herren, von Gott geordnet. Warum leiden sie solch von einem faulen, wanstgroben Papstesel und Farstesel zu Rom? Warum fragen sie nicht Gottes Wort und rechte Prediger? Aber Gottes Zorn hat die Welt also gestraft. Ein kleiner Absatz und Satz, auf den ich nochmal eingehen muss. Luther sagt hier, dass wir selber schuld sind an den Zuständen auf dieser Erde. Luther sagt hier, dass wir selber schuld sind an den Regierungen, die uns regieren. Luther sagt hier, dass es unsere eigene Schuld ist. Und ich gebe ihm da vollkommen recht. Er sagt, Denn wer kann's alles erzählen, was der Teufel durch den Papst mit Königen und Kaisern zu morden und zu verraten geübt hat? Sie sind weltliche Herren, von Gott geordnet. Warum leiden sie solch von einem faulen, wanstgroben Papstesel und Farstesel zu Rom? Warum mit anderen Worten erdulden die Leute so etwas von diesem faulen Wanst, von diesem groben Papstesel und diesem großen Papstfurzer zu Rom? Warum fragen die Menschen nicht Gottes Wort und rechte Prediger? Warum fordern sie nicht Gottes Wort und warum fordern sie nicht rechte, rechtschaffene Prediger? Tja, weil an einer bestimmten Stelle in der Bibel steht, dass Gott ihnen einen großen Irrtum schenken wird. Und diesen Irrtum sind sie alle erlegen. Und deswegen glauben sie, Politik und alles drum und dran, das ist gerecht und das muss so sein und das kann gar nicht anders und das gehört sich so. Und das ist auch alles von Gott im Himmel ordiniert. Ah, Gott sagt von, ihr müsst auch schon ein bisschen selber dafür sorgen. Wir haben's doch selbst in der Hand. Ich meine, welche Macht hat denn der Papst außer die Macht, die wir ihm geben? Wenn ihm morgen keiner mehr gehorcht, dann ist er genauso ein armer Schlucker wie du und ich, der, wenn er auf dem Klo sitzt und sich den Hintern abwischt, seinen Finger genauso durchs Papier stechen kann und braun wird wie unser. Ganz genau so. Was Besseres ist der nicht. Niemand auf dieser Welt. Wir sind alle im Fleisch. Wir sind alle geboren in Übertretung und Sünde. Auch der Papst. Also dem muss man nicht huldigen, dem muss man keine Macht geben, aber ja, er hat die Macht vom Satan bekommen. Und der Mensch selber ist abfällig gegenüber Gott. Und die einzige Art und Weise, wie wir gegen ihn kämpfen können, ist eben, wenn wir unsere spirituellen Waffen erheben. Unser spirituelles Schwert. Wenn wir die Bibel hochhalten und wenn wir mit dem Wort Gottes kämpfen. Aber wer macht das schon? Und wenn ihr mir jetzt ankommt, was erzählt der Jörg da mit der Politik, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles so und so und so. Ich will euch mal ein Ding sagen. AFP, FDP, Grüne, Linke, CDU, CSU, SPD, habe ich noch eine vergessen von den wichtigen Parteien. Ist da eine von den Parteien inzwischen, die, wo mal jemand in der Partei, habt ihr das mal gesehen, der vielleicht im Fernsehen oder was steht, der die Bibel in der Hand hält und der die Wahrheit spricht auf Basis von Gottes Wort? Habt ihr mal einen Politiker aus der CDU, das heißt ja Christlich-Demokratische Union oder CSU, Christlich-Soziale Union, habt ihr da mal einen Politiker von gesehen, der eine Bibel in der Hand gehalten hat und etwas aus der Bibel mal vorgelesen hat? Christlich-Demokratische oder Soziale Union? Sie berufen sich doch auf das Christentum? Wo ist denn ihre Bibel? Wo ist denn dann ihr Standard für ihr zwischen Anführungsstrichen Christentum? Wenn ihr mir zeigen könnt, wo einer, der gerade eben von den genannten Parteien einer oder eine im Fernsehen oder sonst wo mal jemals die Bibel hochgehalten hat und vertreten hat, was in der Bibel steht, das Bild möchte ich gerne sehen. Das einzige, was mir einfällt dazu, das ist dieses wunderbare kurze Video, was man sehen kann in, glaube ich, in der Europäischen Union, wo Ian Paisley Spanner hochhielt, also so Plakate hochhielt, der Papst ist der Antichrist, als Papst Johannes Paulus der Zweite im Europäischen Parlament sprechen wollte. Und Ian Paisley stand auf und hat gesagt, ich denunziere dich als Antichristen. Und er hat das nicht so leise gesagt, wie ich es jetzt sage, er hat es gebrüllt. Er hat laut über die Köpfe der Anwesenden hingebrüllt. I denounce you Antichrist! Und dann wurde er abgeführt. Ich habe noch keinen einzigen deutschen Politiker jemals eine Bibel festnehmen sehen, also festhalten sehen und auch nur ein Wort daraus mal lesen oder zitieren oder sonst etwas damit machen gesehen. habe ich nicht. Vielleicht habe ich es auch noch nicht gesehen. Hilft mir! Zeigt es mir! Die dienen alle einem anderen Herrn. Und solange ihr so dumm seid und euch von A nach B schicken lasst und von rechts nach links, solange treiben sie ihr Spiel mit euch und ihr versteht es nicht. Warum fragen sie nicht Gottes Wort und rechte Prediger? Gottes Zorn hat die Welt also gestraft. Wo Gott sagte, ich schicke ihnen einen großen Irrtum. Der Anderschade, den der Teufel durchs Babst, ja, durchs Teufels Schlüssel getan hat, ist viel Ärger und größer, denn weltlich Gut aller Königreiche ist nichts gegen das geistliche ewige Gut. Hier hat er sein Binden oder Gebieten dahingestreckt, ins geistliche Regiment, in aller Teufel Namen, das es solle heißen, Gesetze stellen über die Gewissen der ganzen Christenheit, wie er Nickel Juncker Babstesel im Omnis rühmt, er habe Jura Coelitis Imperi Macht im Himmelreich zu schaffen. Und etlicher Masse ist zwar, er hat im Himmelreich, das ist in Christusreich, in der Kirchen viel zu schaffen und viel geschafft, gleich wie sein Gott, der Teufel auch. Denn er hat viel zu tun, dass er zubreche und zerstöre alles, was Christus gebabelt hat und noch babelt. Also hatte sein Gott auch zu schaffen im Hause Hiob, da er ihm all seine Kinder, Gesinde und Vieh erschlug und ihn selbst auch plagte. Eben dasselbe Werk hat sein heiliges Kind, der Papst, auch zu tun, in dem Reich Christi, der wollen wir zum Exempel etliche Stücke erzählen. Erstlich, wie droben gehört, will der Herr seine Kirchen auf sich den Fels gebabelt haben. Das ist, an ihn soll man gläuben, wer ein Christ sein will. Nein, spricht der Papstesel, es heißt, man soll mir gehorsam sein und mich für einen Herrn halten. Solch Werk macht selig und ungehorsam oder der mich nicht für einen Herrn halten, das verdammt. Item, der Herr gibt sein Sakrament ganz seine Christen. Nein, spricht Farz Eselpapst, den Laien ist genug, eine Gestalt, den Priestern gehört es ganz. Für diejenigen, die das nicht verstehen, hier geht es um in der römisch-katholischen Kirche den Eukarist in der Messefeier, um das, wie wir es normalerweise aus der Bibel kennen, das Abendmahl, wo Jesus Christus gesagt hat von nehmt dieses Brot, brecht es, das ist mein Leib und tut das im Gedenken an mich und nehmt diesen Becher und trinkt davon, das ist mein Blut für den neuen Vertrag, den ich mit euch unterzeichne und das tut im Gedenken an mich in der römisch-katholischen Messe ist das ein Opfer von Jesus Christus, der katholische Papst spricht fünf Zauberworte, hoc est corpus enum meum und verwandelt damit das Stück Brot, das die Hostie in den leiblichen Jesus Christus in sein Fleisch in sein Blut in seine Göttlichkeit in seine Menschlichkeit in Leib und Seele unseres Herrn mit purem hokus pokus und zu der Zeit von Christus ich weiß nicht wie es heute ist ich habe ja noch nie so eine Messe beigewohnt aber in der Zeit damals war es so dass man den normalen Menschen also den Laien den Laien ist genug eine Gestalt den Priestern gehört es ganz sagt Luther hier damals hat man den Menschen während der Messe während der Eurigistie nur das Brot gegeben weil von dem Wein hätten sie ja was verschütten können das wäre ja schlimm gewesen das geht ja nicht also hat man ihnen nur einen Teil des Abendmahls gegeben aber der Priester der durfte es ganz haben der durfte das Brot und der durfte auch den den Becher haben und dann von dem Wein oder Blut eben nachdem das war vermittelt hat trinken aber den Menschen wurde halt nur ein Teil des Abendmahls zu Teil in der römisch-katholischen Messe zur Zeit Luthers deswegen der Herr gibt sein Sakrament ganz seinen Christen wenn der Herr Jesus mit uns das Brot bricht und den Becher teilt dann sagt er nehmt dieses Brot und nehmt diesen Becher esst und trinkt und tut dies zu meinem Angedenken und er gibt sowohl das Brot als auch den Becher aber nein sagt der Farzesel Papst den Laien ist genug eine Gestalt das heißt den Laien den normalen Menschen der kriegt nur das Brot den Priestern ist es vorbehalten das ganze Abendmahl zu haben item das Sakrament will der Herr nie gegeben haben zu stärken die armen Gewissen durch den Glauben nein sagt Papst Farzesel nein man soll's opfern für die Toten und Lebendigen Verkäufen eine Hantierung und Jahrmarkt draus machen dass wir den Brauch damit dass wir den Bauch damit weiden und aller Welt Güter fressen item also nächster Punkt der Herr will dass wer im rechten Glauben stirbt soll gewiss selig sein nein spricht Esel Papst nein man muss zuvor ins Fegefeuer und genug tun für die Sünde denn on werk die genug tun für die Sünde so ich binde oder gebiete muss man ins Fegefeuer da kann niemand denn ich mit Schlüsseln und Messen helfen Christus und Glaube kann hier nichts sagt der Papst item der Herr will dass seiner Taufe Kraft soll bleiben so oft wir wiederkehren solang wir hier leben nein spricht Esel Farts Papst die Taufe ist bald verloren darum hab ich die heiligen Münchorden der Taufe gleich und besser zu halten lassen predigen wie wohl ich selbst solcher Taufe nicht begehr noch darf item nächster Punkt der Herr will wer da beicht oder seine Sünde bekennet und glaubt und gläubt der Absolution dem sollen sie vergeben sein nein sagt Esel Papst Farts glaube tut's nicht sondern dein Eigenreu und Genugtun auch Erzählung aller heimlichen vergessener und unerkannten Sünden mit anderen Worten und da geht es drum wenn man sich die Beichtbox anschaut also die Ohrenbeichte in der römisch katholischen Kirche da könnt ihr ja mal oder ich weiß nicht ob ich in der Zukunft das Buch von Charles Chiniqui über die Ohrenbeichte lese ich müsste das Buch dann mal in die Finger bekommen der Priester die Frau und die Beichte oder wie das heißt so heißt es im Englischen jedenfalls es gibt es auch in Deutsch von Charles Chiniqui der Papst sagt dass wenn man beichtet und wenn man nicht alle Sünden aufbeichtet alle heimlichen Sünden die ich wieder die ich wiederhalte alle die ich bereits vergessen habe und auch Sünden die ich gar nicht als Sünden erkannt habe wenn ich diese nicht beichte dann bin ich verloren dann kann ich nicht errettet werden das sagt der Papst ich kann aber nur Sünden beichten an die ich mich erinnere ich kann nur Sünden beichten von denen ich weiß wo ich das Gesetz übertreten habe wo kein Gesetz hat keine Sünde hat schon Paulus gesagt Paulus meint Paulus sagt er wenn ich das Gesetz nicht kennen würde wüsste ich gar nicht dass ich gesündet habe genau so ist es und der Papst meint Glaube tut nichts sondern dein eigen Reuen also dein eigenes Berauen und Genugtun auch Erzählung aller heimlichen vergessenen unerkannten Sünden ist wichtig wie kann ich denn Sünden beichten die ich selber als Sünde gar nicht erkenne wie kann ich Sünden beichten die ich vergessen habe und alle heimlichen Sünden ja also welche Fragen da in der Beichte in der Beichte alle gestellt werden von den Priester an die Leute das möchte ich jetzt hier gar nicht weiter erwähnen das ist ein eigenes Video das ist sogar ein eigenes Buch da sind ganze Bücher auch darüber geschrieben worden da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen aber ich finde das nochmal hier ein ganz wichtiger Punkt der Herr sagt wer der beichtet oder seine Sünde bekennt der glaubt an die Absolution dem sollen sie vergeben sein das heißt der glaubt daran dass Jesus Christus für ihn als Zwischenperson zwischen uns und dem Vater dazwischen kommt und uns die Sünden vergibt sein Blut das von Jesus Christus wäscht uns rein von diesen Sünden aber der Papst sagt nein Glaube tut es nicht sondern deine eigene Reue und Genugtuung auch Erzählung aller heimlichen vergessenen und unerkannten Sünden so der Papst Etem also nächster Punkt der Herr will dass nach dem Glauben und der brüderlichen Liebe soll aller Kreaturen brauchfrei sein dass da selbst keine Sünde noch Gerechtigkeit zu suchen sei oh nein spricht hie der allerhelleste Vater Christus ist trunken toll und töricht hat vergessen was er mir mit den Schlüsseln für große Macht zu binden gegeben hat nämlich ich habe Macht zu binden und zu verbieten das wer Milch isst am Freitage Sonnabend an der Apostelabend oder meiner Heiligen die ich gemacht habe das ist eine Todsünde und ewig Verdammnis doch dass ich solch zu halten nicht schuldig sei wer Butter Käse oder Eher ist an denselbigen Tagen das ist eine Todsünde und die Helle hier muss ich mal kurz anmerken dass wir uns vielleicht erinnern sollten dass es vor ein paar hundert Jahren diesen Ablasshandel gab der ja Luther dazu angetrieben hat die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg zu schlagen am 31. Oktober 1517 und dass man damals Butter Briefe verkauft hat sucht das mal im Internet Butter Briefe wie der Papst eben sagt wer Butter Käse oder Eier ist an dem selbigen Tage das ist eine Todsünde und die Hölle man konnte sich halt von diesen Butter Briefen von eben dieser Sünde frei kaufen gegen Geld macht die Kirche des Antichristen einfach alles Wer aber Fleisch esse an solchen Tagen fährt Luther in dem Buch fort ein Zitat also was der Papst im Grunde sagt Wer aber Fleisch esse an solchen Tagen der ist weit unter den Hellen verdammt ausgenommen mich und meine Kardinalen die sind solchen Binden natürlich nicht unterworfen Ursache Wer zu Binden Macht hat wird ohne Zweifel nicht sich selbst sondern andere Binden also mit anderen Worten dass wir das hier bitte mal gut verstehen Wer zu Binden Macht hat wird natürlich nicht sich selbst binden sondern andere natürlich ich messe doch für mich nicht das Recht an nachdem ich andere richte wo käme ich denn dahin wie heißt das so schön in einem Song von Genesis ich glaube das war Genesis vor einigen Jahren Do As I Say Don't Do As I Do in diesem einen Lied davon was Phil Collins da gesungen hat wie hieß das noch ich komme jetzt echt nicht mehr auf den Titel aber das war so eine CD das hatte ich mir damals selbst noch gekauft fand ich immer ein ganz gutes Lied eigentlich da geht es um diese amerikanischen Fernsehprediger weißt du und bei denen ist das ja auch so die sagen ja tu was ich sage und nicht was ich tue an ihren Taten sollt ihr sie erkennen es gibt auch noch ein Lied von Deepesh Mold Personal Jesus aber wie das Lied jetzt von Phil Collins da eben heißt da komme ich jetzt nicht drauf könnt ihr ja mal in der Kommentarsektion dieses Videos verlinken das gibt es ja sicher auf YouTube da können die Leute sich das ja selbst anschauen und das ist von dem Album We Can Dance dachte ich wenn ich mich an diesen Quatsch noch erinnern kann und da singt er halt in diesem Teil do as I say don't do as I do tu was ich sage und nicht was ich selber tue Ursache wer zu binden Macht hat wird natürlich ohne Zweifel nicht sich selber sondern andere binden ja natürlich wer nicht fastet fährt Luther fort und feiret den Heiligen so ich habe erschaffen also heilig machen kann ja wohl nur jemand der selber heilig ist und das ist unser Herr im Himmel und nicht der Papst der kann überhaupt nichts heilig machen also sagt er hier wer nicht fastet und feiert den Heiligen so ich habe erschaffen das ist eine Todsünde und verdammlicher Ungehorsam Ursache ich hab Macht zu binden und zu lösen ja vielleicht auch wer nicht meinen Forz anbetet das ist eine Todsünde und die Helle denn er hält nicht dass ich Macht habe alles zu binden und zu gebieten wer nicht meine Füße küsset und wo ich's so binden würde mich im Hinteren lecken wollte das wäre eine Todsünde und tiefe Helle denn Christus hat mir die Schlüssel und Macht alles und alles zu binden gegeben welcher König Kaiser oder Fürst mir nicht übergibt sein Königreich und Herrschaft das ist eine Todsünde und ewig Verdammnis denn ich hab solchs Macht zu binden und zu gebieten welcher Bischof mir nicht das Pallium abkäuft der sündigt tödlich und ist verdammt Ursache ich habe Macht zu binden und solchs zu gebieten wer solchen Kauf das ist ja kein Raub wer solchen Kauf heißt Simonie wer solchen Kauf nennt Simonie der sündigt tödlich und verdammlich denn ich bin's der da binden und lösen soll Werder klagt über Beschwerung der Anaten Papst Monden und dergleichen viel sündigt tödlich denn ich habe Macht solch zu binden das meint er in sein Diskursi 19 in Memoriam dass man alles tragen und leiden müsse was der römische Stuhl aufleget wenn's gleich unträglich ist und dass ich zu den rechten Stücken wiederkomme Christus hat die Ehe frei wollen haben nein spricht der Fazer zu Rom Priester Münche Nonnen sollen nicht ehrlich sein und ist weit besser dass einer Keuschlebe nach der römischen bäbstlichen kardinalischen Keuschheit dagegen Sodoma und Gomorra Jungfrauen sein möchten dann ehrlich werden item nächster Punkt Laien sollen auch nicht ehrlich werden oder Hochzeit haben in den verbunden Zeiten denn der hellische Vater hat's verbunden und verboten bei einer Todsünde und ewigem Verdammnis danach raffet er alle Münche und Nonnen Sekten auf mit all ihren Statuten von Kleidern Speisen Gebärden etc und was ein jeglicher Narr ertichtet bestätigt solch unzählige und unträgliche Gesetze krönet sie mit Ablass und Gnaden dass die geistliche Freiheit und Glauben nicht mehr ist bekannt gewesen sondern alle Welt alle Winkele alle Kleider alle Personen alle Speise mit Strecken und Banden überschottet und erfüllt ist worden das wo es hätte sollen länger werden vielleicht auch Sünde und Helle und Helle hätte müssen sein wo jemand hätte gehustet geschneuzet genieset oder sonst eine Notdürft seine Notdürft getan ich schweig jetzt was er mit seinem verlogen Ablass Gülden Jahr Weichwasser Agnus Dei Chrism Feuer Wachs Kräuter Wer kann's alles erzählen Item Walfahrten Brüderschaften gestiftet hat Es ist fast kein Kreatur blieben daran er nicht seine Strick und Gift gehänket habe das wo einer Gangen gestanden oder was getan hat da ist er in Fährlichkeit der Sünden und Tods kommen solch's alles aber hat er nicht darum getan dass er eine Zucht oder gut Regiment damit in der Kirchen anrichtet wie das Predigtamt Hausvater und weltlich schwer tut denn solch seine Band und Stricke sind zur Zucht kein Lütze noch Not sondern es muss alles den hohen Titel führen dass es Gott Anliege Lästere und Schände nämlich Gottes Dienst muss es heißen und heilige gute Werk dadurch Vergebungen der Sünde und ewiges Leben erlanget werde das ist so viel gesagt dass die Christen hiermit anfangen werden zu gläuben dass der Papst Macht und Gewalt habe als ein Gott über die Kirchen zu binden und zu tun alles was er will ja seine Gewalt hat er damit gestärkt und uns seinem Gehorsam unterworfen dafür aller Welt Gut und Geld geraubt danach gar sanft und fröhlich in die Faust gelacht dass die Christen solche große groben Narren sind und lassen sich so leichtlich närren und öffen um ihren Glauben Freiheit Leib und Seele Gut und Ehre zeitlich und ewiglich ja das wollte für nämlich der Teufel denn das ist wie gesagt nicht der größtest schade dass er unser Leib Gut und Ehre unter sich geworfen hat mit seinem verfluchten Binden aber dass er die Gewissen oder Seelen damit verstrickt und verknüpft hat als seien es göttlich Gebot Gottesdienst und Werk zur Seligkeit und Sünde macht da kein ist da sind die Gewissen erschreckt und blöde geworden der Glaube geschwächt und endlich erwürget und erstickt christliche Freiheit verloren zweite Kolosser also Kolosser Kapitel 2 Vers 20 und fortfolgende da ist erfüllt dass St. Paul sagt was lasst ihr euch fangen mit Satzungen als lebet ihr noch in der Welt die da sagen du sollst das nicht angreifen du sollst das nicht kosten Essen noch trinken du sollst das nicht wie wir auch im 2. Thessaloniker Kapitel Vers 11 anrühren oder anziehen das sind die kräftigen Irrtum die Gott sendet über die so die Wahrheit nicht lieben sondern Gläuben der Lügen das ist genau der Satz den ich vor etwas über einer Seite meinte Gott schickt ihnen einen großen Irrtum dass sie deswegen diese weltliche Macht akzeptieren dass sie darum nicht fragen nach Gottes Wort oder nach rechten Predigern ja das sind die kräftigen Irrtum die Gott sendet über sie so die Wahrheit nicht lieben sondern gläuben den Lügen und wenn der Teufel selbst zu Rom regieren sollte könnte er es doch nicht Ärger machen ja wenn er selbst regierte könnten wir dann für ihm segnen und fliehen dass er nichts schaffen könnte aber nur sich der Papst ihm übergeben hat zur Larven mit Gottes Wort geschmückt darunter man ihnen nicht hat können kennen das ist Gottes Zorn da ist geschehen alles was sein bitter teuflischer hellischer Gräuel wie der Christtum und seine Kirchen hat erdenken mögen da ist er unser abgott geworden den wir unter dem Namen Sankt Petri und Christi haben angebetet samt allen seinen Lügen Gotteslästerungen und Abgöttereien das mag ja gebunden heißen und die Schlüssel brauchen zur Gewalt nicht zum Glauben hier magst du selbst lesen im zweiten Thessalonika Kapitel 2 und sehen was Sankt Paulus meinet im Vers 4 da er sagt der Endechrist also der Antichrist sitze im Tempel in den Kirchen Christi als sei er Christus und Gott selbst wie seine Heuchler lästern und sagen der Papst sei nicht ein pur Mensch sondern aus Gott und Mensch ein vermischte Personen gleich wie unser Christus allein ist ja der Papst behauptet in der römisch katholischen Dogmatik dass er Jesus Christus verborgen und eine Mantel von Fleisch ist und das meint Luther hier der Papst sei nicht ein pur Mensch sondern aus Gott und Mensch ein vermischte Person gleich wie unser Christus allein ist und was ein Mensch der Sünden sei hast du aus vorigen Stücken leicht zu vernehmen da da nicht allein für sich ein Sünder ist sondern mit Sünden falschem Gottesdienst Gotteslästerung Unglauben und Lügen die Welt sonderlich den Tempel Gottes die Kirchen voll voll gemacht damit auch ein Kind ist des Verderbens das ist sich selbst mit unzähligen Seelen zu hellen und ewigen Verdammnis geführt hat der Türke verführt auch die Welt der Islam aber er sitzt nicht im Tempel Gottes führt nicht den Namen Christi und St. Petri auch die Heilige Schrift nicht sondern stürmet auswendig die Christenheit und rühmet sich derselben Feind aber dieser inwendige Verstörer will Freund sein will Vater heißen und ist zweifelt Ärger dann der Türk das heißt ein Gräuel der Verwüstung Matthäus 24 15 oder Verstörung ein Abgott der wieder Christum alles verstöret was Christus gebaut und uns gegeben hat oh wie schrecklich ist solcher Gräuel anzusehen und zu hören das sei kürzlich gesagt von anderen Schaden durch des Babst Binderei Seelmörderei Abgötterei Lügen und des Glaubens Zerstörung christlicher Freiheit Gefängnis und der gewissen Verderbung erfüllt kurze Pause ich musste mal kurz einen Schluck trinken und zur Besinnung kommen ich habe das hier ja vorher noch gar nicht gelesen das ist ja auch für mich das erste Mal aber diesen letzten Absatz den lese ich nochmal und danach werde ich ihn erklären der Türke und das ist natürlich in der Zeit von Martin Luther da nennt er es den nennt er es den Türken wir sagen heute der Islam der Türke verführt auch die Welt aber er sitzt nicht im Tempel Gottes er führt nicht den Namen Christi und St. Petrus auch die Heilige Schrift nicht sondern er greift die Christenheit von außen an und rühmet sich derselben Feind ja also ich lese das jetzt im neudeutschen Verständnis nicht in dem Lutherdeutsch aus dem 16. Jahrhundert aber dieser inwendige Zerstörer ja dieser Zerstörer von innen will Freund sein hier spricht er vom Papst will Vater heißen und ist unzweifelhaft viel schlimmer als der Türke das heißt er ist ein Gräuel der Verwüstung wie wir in Matthäus 24 Vers 15 oder der Zerstörung lesen können ein Abgott der wieder Christum alles zerstört was Christus gebaut und uns gegeben hat oh wie schrecklich ist solcher Gräuel anzusehen und zu hören das sei kürzlich gesagt vom anderen Schaden durch des Papst Binderei Selbstmörderei Abgötterei Lügen und des Glaubens Zerstörung christlicher Freiheit Gefängnis und der gewissen Verderbung erfüllt so steht es hier in diesem Absatz mehr oder weniger auf Hochdeutsch vorgelesen ja der Türke verführe da auch die Welt ja das tut er ganz sicher im Jahr 2017 und 2016 und 2015 und davor und davor und davor und auch danach und danach und danach weil das Papsttum den Islam gegründet hat und den Islam gebraucht um den Leuten die sowieso nicht wissen wer der Antichrist ist Angst zu machen Angst vom Islam kann man doch nur haben wenn man nicht weiß wer den Islam steuert und der Islam ist gesteuert vom Vatikan von der römisch-katholischen Kirche er ist gesteuert vom Papsttum das vom Teufel gestiftet ist ich will hiermit nicht sagen dass der Islam keine Gefahr ist ja im Grunde will ich das schon sagen der Islam ist keine Gefahr der Islam ist genauso gefährlich wie diese ganzen Terroristen die Terroristen sind aber alle staatsgesteuert es gibt keinen Terrorismus außer dem der vom Staat gesteuert bezahlt finanziert ausgebildet und gesteuert ist von A bis Z deswegen sprechen ja so viele Leute von false flag von diesen ganzen falschen Anschlägen was heißen diese falschen Anschläge dass andere Leute dahinter stecken als die die euch offiziell im Fernsehen erzählt werden die dahinter stecken das ist auch so und da gibt es so lange Geschichten da kann man ja eigene Bücher drüber schreiben MK-Ultra Persönlichkeitsverlust oder eben zwei Persönlichkeiten schaffen solche ganzen Sachen das ist ja alles richtig aber wer steckt denn dahinter dahinter steckt nicht jetzt im Fall von ISIS dahinter steckt nicht der Islam selber der Islam ist nur Mittel zum Zweck und ihr begreift es nicht weil ihr nicht begreift dass der Papst der Antichrist ist alles Böse auf dieser Welt hat eine Ursache den Teufel und der Stellvertreter des Teufels auf Erden ist der Papst und der Papst und seine Institution die römisch-katholische Kirche auf der spirituellen Seite und der Vatikan das Land auf der anderen Seite das Biest es gibt in Offenbarung gibt es das Tier das Biest und die Frau das Biest ist ein Königreich der Vatikan ist ein Königreich und die Frau ist die römisch-katholische Kirche und die Frau reitet das Biest die römisch-katholische Kirche reitet das Biest des Vatikan das Tier des Vatikan und diese politische Macht ist die Macht die den Terrorismus steuert ist die Macht die den Islamismus steuert die den Islam steuert diese leichtgläubigen Muslime die genauso leicht verführbar sind wie wir man kann den Muslimen ja nicht mal irgendwas vorwerfen wir sind doch genauso leichtgläubig wer im Glashaus sitzt der sollte nicht mit Steinen werfen wir sind doch selber belogen und betrogen von vorne und bis hinten und anstatt jetzt unsere Wut darüber auszulassen an den Islamisten und Muslimen und wie sie man sie alle nennen will sollten wir uns vielleicht mal zur Bibel bekehren und sollten die Bibel hochhalten und sollten mal zu unseren Politikern sagen hier ist die Bibel hier ist die Wahrheit aber die sind natürlich alle Mitarbeiter des Satan der Satan selbst ist verändert in einen Engel des Lichts und deswegen ist es auch nicht verwunderlich dass seine Diener verändert wurden in Figuren der Gerechtigkeit was weiß ich wie das jetzt in der Bibel genau steht spielt auch keine Rolle gehen auf den genauen Wortlauf auf es geht ums Prinzip hier alles Böse auf dieser Welt geht vom Teufel aus und der Teufel hat einen Vertreter und der nennt sich wie Karius viele Ideen des Gottes dieser Welt wie Karius der Gott dieser Welt ist im Neuen Testament Satan der Teufel der hat alles im Griff der hat alles in der Hand weil wir Gott nicht kennen weil wir Jesus Christus nicht akzeptieren wenn wir Jesus Christus akzeptieren dann macht er uns frei und dann schauen wir auf diese ganzen Dinge wie auf ein Theater das uns selber nicht berühren kann warum nicht weil wir wissen dass wir von der Liebe Jesus Christus durch seine Gnade durch sein Blut erlöst wurden und dass wir diesen ganzen Kram der römisch-katholischen Kirche nicht zuhören müssen sondern dass wir da rauskommen müssen der Türke verführt auch die Welt ja er sagt es hier ganz deutlich der Türke verführt auch die Welt wer verführt dann also dann noch die Welt wenn der Türke sie auch verführt ja die römisch-katholische Kirche aber der Türke sitzt nicht im Tempel Gottes was ist denn der Tempel Gottes nach dem Neuen Testament sind wir der Tempel wir sind die Bausteine des Lebens wir sind die Bausteine des Lebens wir sind die Bausteine des Tempels und wir sind alle Teile des Körpers Christi seiner Kirche ja der Tempel Gottes das sind wir und das ist die Glaubensgemeinschaft der Christen und in diesem Tempel da sitzt der Antichrist weil der sagt von sich ich bin das Oberhaupt der Christen ja Entschuldige ich musste eben mal husten der sagt ich bin das Oberhaupt der Christen ich setze mich in die christliche Kongregation ich setze mich in den Körper Christus in seine Kirche und das ist der Tempel aber der Türke führt nicht den Namen Christi und auch nicht den Namen Sankt Peter und Heilige Schrift nein der Türke der stürmt ganz offensichtlich die Christenheit und rühmet sich sogar der Feind der Christenheit zu sein wir müssen keine Angst haben vor demjenigen der ganz deutlich sagt ich bin ein Feind des Christentums wir müssen Angst haben vor demjenigen der sagt ich bin ein Freund des Christentums es aber inwendig nicht ist Schafe oder Wölfe im Schafspelz die ganze Bibel lehrt das von vorne bis hinten und wir werden im Neuen Testament wieder und wieder und wieder gewarnt von Wölfen in Schafspelzen es ist der innere Feind wie sagen sie das so schön der amerikanische Präsident wenn der seinen Eid ablegt dann sagt er dass er das Land beschützen wird von Feinden die von innen oder von außen kommen ja natürlich wir wissen geistige Vorbehalte der kann schwören was er will aber warum denkt ihr dann ist das in diesem Text mit drin dass die Politiker sozusagen schwören das Land dem sie dienen zu schützen für alle Feinde die von außen kommen und auch die Feinde die von innen kommen nun die Feinde von innen sind sie selber sind sie selber und Martin Luther hat das ja hier vorher ein Stückchen vorher angehört wenn man selber wenn man selber hier zu binden Macht hat wird man ohne Zweifel nicht sich selbst sondern andere binden das ist doch genau der selbe Punkt den wir hier wieder den wir hier wieder begegnen ja wir müssen keine Angst vor dem Türken haben keine Angst vor dem Islam haben wir müssen Angst haben vor demjenigen der den Islam zu dem gemacht hat was er ist die Leute im Islam sind alles betrogene Seelen genauso betrogen wie diejenigen die mit heiligem katholischen Glauben sonntags die Kirchen stürmen vor Maria niederfallen und andere Götter anbeten genauso betrogen den müssen wir alle helfen den müssen wir unsere Liebe zeigen und den müssen wir an erster Stelle die Wahrheit zeigen weil wenn ich meinem Bruder oder meiner Schwester die Wahrheit sage oder zeige das ist ein großes Zeichen der Liebe sondern stürmet auswendig die Christenheit der Türke und rühmet sich derselben Feind natürlich also dann ist es doch dann ist er doch kein Feind es geht um den unwendigen Zerstörer den inwendigen Verstörer der will Freund sein der will Vater heißen und er ist zweifelhaftig Ärger dann der Türk sagt Luther hier der ist viel schlimmer als der Türke schlimmer als der Feind der vor den Toren der Stadt steht ist der Feind der in der Stadt ist und die Stadt von innen anzündet denkt mal an das Pferd von Troja das trojanische Pferd ich fahre im nächsten Absatz noch eben fort als der Teufel nun in solche unmessliche Gewalt sich gesetzt hatte und nichts denn Binden Fangen Liegen Rauben Morden und Lästern wie seine Werk sind nach Johannes 8 unter anderem in Vers 44 treibt fing er nun auch das andere Stück an nämlich lösen nicht die Sünde vergeben sondern solche seine Gesetze feil haben und verkäufen Ablasshandel denn er hat auch Macht zu lösen das ist um Geld zu verkäufen da hat er einen Markt und Kram angerichtet in aller Welt welchen Acht ich gebe er nicht um den Markt zu Venedig und zu Antorf da hat er feil Butterbriefe also das sind die Butterbriefe die ich vorhin schon ansprach da hat er feil Butterbriefe Eierbriefe Milchbriefe Käsebriefe Fleischbriefe Ablassbriefe Messebriefe Ehebriefe und alles was er schändlich gebunden hat noch viel schändlicher ums Geld losgibt da ist das Geschwören und Unziefer seines Krames Indulter Privilegia Immunitates um alle Masse und Sau also sind seine Gesetze nicht allein Seelstricke und Bande der armen Gewissen der armen Gewissen wie gesagt dafür er alles Geld und gut geraubt und gestohlen hat sondern auch Geldstricke und Netze damit er was noch übrig ist auch Rauben und Stehlen müge hier haben wir unsere christliche Freiheit durch Christus Blut uns erworben und gnädiglich geschenkt müssen um unser Geld Käufen wie ihre wie wir in Jeremia 5 Vers 4 lesen können dergleichen sagt und mit diesem Stück möchte ich abschließen wir werden nächstes Mal weiterlesen in diesem Buch vielleicht sollte ich noch einen Absatz hier weiterlesen ja dennoch nicht gewiss sein mögen ja nehmen wir das noch mit dennoch nicht gewiss sein mögen ob wir wohl und recht dran täten denn da war kein Glaube der uns versichern konnte da fragt der Papst nach da fragt der Papst nicht nach dass er nur das Geld kriegt und seine Macht bestätigt was sollt der Papst und sein Gott der Teufel nach der Seelen heil fragen denn ich der vielen gesehen bin selbst auch einer gewesen halt wohl ihr solle noch viel im Papsttum sein die auf solchen Kauf und Losgeben des Papstes nicht hätten gebaut wenn sie auch die Welt sollten verdient haben und war viel ein größer Sünder und tiefer Hölle wo einer hätte Fleisch am Freitag gegessen denn so hat er einen Mord und Ehebruch begangen wo aber ein Münch wie oft geschah seine Platten Kappen und Müncherei dem Papst abgekauft hatten den hielt man für einen Apostaten abtrünnigen Christen das Seelen nimmermehr kein Rat wäre ich werde diesen Absatz nächstes Mal nochmal vorlesen um damit reinzukommen aber werde hier auf Seite 59 die Lesung für heute beenden und ich freue mich auf eure Kommentare über das was ich hier heute gelesen habe und hoffe dass der ein oder andere sich das Buch anschafft und mitliest und es versteht und dass am Ende hier wirklich kein Zweifel mehr aufkommen kann wer der Antichrist ist bis zum nächsten Mal Jörg von Jogler 66 Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss we must start at the foot of the cross for our souls in danger we're at loss and when we kneel in that awesome place at that very moment you'll feel God's grace friend let me tell you you need to know there is heaven also hell below Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony you're God's enemy without the cross reject Christ and to God your dross to the prison of hell he will send just Christ's work on the cross makes amends God hates those who try to enter in the gates of heaven still full of sin only a son can take sin away go to the foot of the cross this day God has provided only one way to enter heaven's wondrous array except what Jesus did for us all he paid our debt so hell won't befall go to the foot of the cross this day his precious blood washes sin away we each need to think more of his cross without our savior with total loss over to have to have have their time to